So Leute, was geht? Willkommen wieder zu einem neuen Video und zwar ist es hier endlich mal wieder ein Turnier. Das heißt, ab jetzt gibt es in der Season wieder Ingame Cups und zwar gibt es einmal montags den Cash Cup, irgendwie jede zweite Woche oder so nur. Und dann gibt es auch noch jeden Freitag den Friday Night Cup, den ihr aber jetzt auch gerade hier seht. Ich habe hier zusammen mit Fireworks und Kato gespielt und der Friday Night Cup, da geht es einfach um gar nichts eigentlich. Das Einzige, was man gewinnen kann, ist ein Twitter-Shoutout, wenn man Erster wird oder so, glaube ich. Deswegen werde ich heute mal am Ende keine Platzierung einblenden, weil ich glaube, den Cup wird kaum ein guter Spieler wirklich ernst nehmen. Einfach, weil die Lobby sind eh nicht sekt, das ist ein bisschen wie Arena oder so und ja, da wird einfach nicht ernst genommen, so der Cup, weil es geht halt einfach um nichts. Trotzdem ist es natürlich nice, dass jetzt wieder Ingame Cups kommen von Fortnite und zwar vor allem auch die Cash Cups, da freue ich mich drauf. Oder auch FNCS, was ja irgendwie, ich glaube, in drei, vier Wochen oder so anfängt. Und wenn euch das Ganze interessiert und wenn ihr auch wissen wollt, wie ich dann in den nächsten Turnieren placen werde, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Das Ganze ist natürlich kostenlos und dann werden euch die Videos auch öfter angezeigt. Und jetzt zum Schluss nochmal auch nicht zu vergessen, da wollte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die meinen Support Creator Code immer wieder benutzen. Also vielen Dank an alle, die den Code benutzen, um mich damit nochmal extra supporten wollen, ohne irgendwie Geld ausgeben zu müssen oder so. Und dann würde ich sagen, genug geredet. Wir fangen direkt an mit dem Video, also viel Spaß. Das ist ein BGF, das absolut schreckt. Der landet auf der Piste, der landet auf der Piste, das ist ein Double-Kino, Robin. Das ist ein Hund. Hund, eine Waffen, oh Gott. Der will mich blumenbetteln, Junge, werde ich. Egal, was sollt ihr noch nicht. Ich finde keine Waffe. Hi-Fax. Du, ich glaube, der ist noch nie hier gelandet, Robin. Doch, was willst du? Ich bin, ich habe alle Kisten da hinten abgesucht, da war nirgendwo eine Waffe. Robben, wo ist der hin rotiert? Der ist jetzt das Ding, die Touristen. Vor mir. Crack, tot. Und vor der Hälfte, nein, let's go. Nein. Der ist dumm, der geht nicht für den Finish, sondern er feiert dich. Ich komme hier. Wir wollen rein in den Tunnel. Schick, der Luchs, der ist nicht im Mund. Mega, wer hat ihn verarscht? Er fliegt weg, er fliegt weg. Er landet auf mir. 30. Schick, schick. Dead. Schick, alle. Ja. Und weiter damit gehen. Vielleicht hören die mich. 30, hart gebeamt. Deine sitzt im Busch hinten. Ich sehe es. Was sind für 30 gebeamt? Was tut der? Er healt, ein Biggie. Ja. 20. On wir alle. Highground shield cracked. 70, mal auf. Box, box, box. 30, right, 30, right. 26. Die ist einfach gelb, die war gelb. Weil er da drin stand, okay. So, der quickste Feiert überhaupt. Gibt es irgendwas für mich? Nö, schade. Weiter geht, zweiter geht. Dahinter ist noch einer. Den hinteren. 3, 2, 1. Minus 50. Push, push. Ich so link. Zer, so 2. Keine Ahnung. Oder 5 auf den unten, weil ihr feiert. Dribble, ding. Fullbox. Warum ist der durch meine Cone durchlaufen? Links, von hinten. Zer, ne, jetzt bei mir. Mach auf. Quick, quick. Dead. Boah. Schön, Robin. Kann ich das eigentlich kurz klippen? Oder kann ich das kurz jemand anders klippen? So, für die Etage. Chill, track. Äh, äh, ding's blue, blue. I's right. Dead. Let's go. Doch nicht. Äh, wieder ist hier ins Auto eingestiegen. Er hat einen Platten. 30, 60, 100. Cold. Schiegel, schiegel. Werden aufs Auto geschossen. Links, links, close, Nova. Hm? Skopos, die day. 2, 2, 2. Dead. 100 auf meinen. Dead. Äh, ist Venkenpuls, Venkenpuls, nach Norden. Der Westen. Hey, über mir, lol. Westen, Norden, Westen. Nee, das ist über mir, das ist über mir. Neues Team, neues Team, neues Team Westen. Neues Team Westen. Check, 3, 2, 1, 1 HP. Bitte. Halt's mal. Neues Team, Jungs. Ich will den einen noch schnell killen. Unten. 30, 60, 90, shield crack. Hab meinen. Ich komm zu euch wieder, soll ich schnell kommen? Und jetzt 3 und unten noch. Hinter mir einer. Oh, die sind jetzt Schale da unten, sehe ich gerade. 30 auf deinen, äh, Firex. Digga. Was du machen? Er denkt, das ist Mif von Body in den 90s. Oh Gott. Oh Gott. Er ist minus 70. Ist das der Lärm? Oh, nice. Firex hat komplett gedubelt von allen. Du darfst einfach nicht sterben. Ich bin jemals gestorben. Nee, noch nie. Ich hab so nix. Einer's down. Digga, ich sterbe nicht wirklich an dem, oder? Hä? Der hat mich einfach nur mit der R gekillt, sonst nichts. Hä? Loy. Die chillen noch welche, Robin, ne? Ja, passt, passt, passt. Wenn die nicht W-keen, dann hole ich die. Oh, die W-keen dich. Alle drei. Und ich hab keinen geholt. Der im RPG, dieses Deck. Einer ist minus 100. Ich mach da mal einen ruhigen. Oh Gott. Oh mein Gott. Robin hält sich. Kevin, er braucht ein B. Da oben bist du. Ich geh mir ganz unten. Ich geh mir ganz unten. Ich bin ganz unten. Ich hab 200 Max auch nur noch. Bin ganz unten, Robin. Ich seh Metz. Ich geh kurz mit Metz. So ein Metz. Check, fine. Oh Gott, er kämpft RPGs. Das ist gleich ein ARPG-Warbin. Ich hab keine Metzen, aber ich kann vielleicht den Reboot hiten. Dann. Sind alle weg, oder? Ich kann nix machen. Wie viele sind da? Alle drei. Junge, er kämpft RPGs ab, Alter. Das war deine Wall. Oh mein Gott. Ich kann nicht bauen wegen dem Reboot. Ach Junge. Das war deine eigene Wall. Ich hab die weggeschossen. Dann hab ich nicht mehr bekommen. Ich bin so cringe gestorben. Oh mein Gott. Ich bin so triggered jetzt schon wieder. Oben drauf ist noch einer. Ach, bei mir ist auch eben ein... Ich bin tot, Leute. Mein Gleit hat sich einfach geöffnet. Wollen, spiel einer. Drosten ist ja... Mann, ich hab so gewebt. Ich hab einen. Hallo. Hallo. Zwei Leute hier. Ne, ich hab auch nicht so viel. 400. Oh, geh du. Hast du einen geholt, Marvin? Noch nicht. Ich komme zu dir. Ich komme jetzt von hinten. Ich hab einen. Die sind absolut kacke. Und er hat mich. Der bei euch ist solo. Ist der noch irgendwo hier? Irgendwo. Ich verstehe. Ich geh jetzt einfach hoch. Ich hab nur 200 Mets. Was passiert hier gerade? Ich hab nur... Die Namen schildcrackt. Bumming kannst du runterkommen. Kurz. Einer nockt. Nice. Schildcrackt. Der's nockt. Oben sind noch Minis drauf auf der Tacke. Schildcrackt. Spannend. Was? Wieder charge. Vielleicht gehen die zum Maincake. Die kommt auf uns drauf. Die gehen auf. Die haben uns nicht gesehen. Langeweilig. Ja, ich lasse die instant. Ich kann von hinten kommen. Warte mal. Ich kann nicht. Reihen, reichen auf Travis Scott. Oh Gott. Das sind zwei. Krass. Fully boxed. 10 AP on me. Bitte. Sterb einfach. 10 AP. Und sein ganzes Scheiß-Team ist wieder bei mir. Keine Ahnung. 57 vorher. Warum lebt er noch? Travis Scott ist 100 AP. Warum bin ich eigentlich immer im 3-1? In jedem Fight. Keine Ahnung. So. Und ich bin schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Travis Scott ist im High. Minus 100. Noch mal minus 60 auf Travis. Ist er made from top? Junge. Ich hab mehr Pg. Kann ich chillen? Ja. Dead. Nach Hause. Wirklich. Jetzt komm. Ich kann mir Lila-Tag. Schön. Vielleicht kann ich jetzt chillen. Ich werd gebeamt wieder. Nein. Ich brauch Hilfe auf heute. Fightet jemand gegen den? Ich? Ich euch. Hast du den, Robin? Nein, das ist meine Box. Komm, ne? Mach auf. 30. Ja, Box, Box, Box. Mach auf. 130. Schön. Ich brauche das nicht. Viel AP. Denk dran. Du bist eigentlich im 3-1-Charge. Was will ich machen? Unter mir. Mehr AP krieg ich nicht. Die Boxen wieder voll, ne? 100. Dead. Doch nicht. Meine Waffe schießt nicht. Zwei Leute. Ich hab zwei Leute. Minus 150. Da kannst du dich raus... Dreh... Einer. Das sind die letzten zwei Teams, die ich grad fassen. Das ging doch ein. Gegen einen. Gegen einen. Habt ihr Matz? Habt ihr Matz? Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Der hat grad alle umgebracht. Wir haben alle geschiehen. Ivo. Moin. Nein. Ach, sorry, Obe. Was ist da? Ich hab' den Kohn. Das läuft. Halt' ich mir. Oha. Ich mach' mir keine Angst hier. Ich hab' den Kohn. Ja, GG. Minus 60 nochmal einer. Oho. Durch den Puls auf dich, Köln. Ich hab' den Köln. Ich gehört hier irgendwas. Dead. Minus 20 noch der andere die pushen dich. Robin, kannst du so schlecht in Pullen. Mein Gott seid ihr scheiße. Ey, du kannst dich holen, chill, Robin. Ja, chill, 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 chill. Die gehört hier nichts. Ah ja, okay, dein scheiß drauf. 100. Warte auf mich. Die gehört gar nichts hier in der scheiß Box. Und da? Unter mir. Ich geh' mal ran. Wahnsinn. Wir können nicht falten. Aber der andere ist vor mir, ich seh' gerade. Äh. 100. Ich komm' meinen falten, der ist weg im Puls. Der ist zu mir, der ist zu mir im Puls. Der ist zu mir im Puls. Locked. Chill. Chill im Puls. Da ist der andere. Der schießt. Es sind noch zwei. Ich greif' ihn, er fällt. Oh mein Gott. Ich geh' hoch. Wir haben hier zwei, ne? 100. Knock, knock, knock. Ich impulse hoch. Ich impulse hart. In meiner Box. Er ist wegimpuls, wegimpuls. Er hat mich wegimpuls. Wohin? Warte vorne. Ich nehm' mich nicht mit. Hier. Hier ist noch ein. Können wir ihn bitte einfach Storm holen? Was fackt er da ab? Er denkt auch, er ist nämlich gut, wenn er das meint. Das ist ja der Solo von vorher. Oha. Bitte Headshots hält mich nicht. Ich hab' keinen Bock zu bauen. Ah. Er lauf, haben wir mir jetzt Schiele. Hier links ist noch jemand. Ein Full Trio unten. Der, wer ist denn Tom? Er will einfach einen Storm sterben, oder was? Er wird tot. Ja, ja. 100 auf einen. Auf Labelskin. Dead, dead, dead. Black skin. Ich bin dead, ich bin dead, ich bin dead. 100. Dad, muss mich halen. Der Dragon Park. Ey, wir werden wohl nicht nochmal ein neues Team gepusht. Wollen wir nochmal den Pool, ne? Ne, wofür denn? Oh Gott. Renn einfach rein. Okay, dann kommen wir zu uns. Ja. Ich häng' fest im Boden, Digga. Von One spiel' ich hab' nix zu viel. Ich hab' nix zu viel. Ich hab' nix zu malen. Ich hab' nix zu malen. Gar nix. Kein Green. Nee, nix. Mann. Das hier, 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 3, 2, 1, jetzt. Oh, von hinten. Ich bin 2 AP, Jungs. Ja, baue ich einfach ein. Können wir nix machen. Oh. Ey, es wird immer alles offen. Wir lassen, ne? Ich bin tot. Ich glaub' du kannst den Stickeln. Wenn du da mit den Dragon Park schiebst, bin ich tot. Der Stick, der Stick. Nee, links, 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 links. Oh. Ah. Ich wusste nicht, dass du... Ich bin tot. Nein, scheiße mich, scheiße mich. Ah. 2, 1 Sekunde. Ah, keine Ahnung. Ich komm' rein. Hallo. Nice. Der Dark Minis für dich. Wie geht, könnt ihr mal vielleicht... Du musst nach hinten weg. Ich will die Info wieder liegen. Der linken Miku ist das mit ihm nicht. Dieser scheiß Wildcat-Skin, ne? Jaja, der denkt aber auch, der ist krass. Snipe, du. Ah, rip. Ja, Mann, es macht doch wieder Spaß. Ich sehe den meisten nicht. 150. 7. 5. 5. 5. 5. 6.